Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe heute hier endlich die Trendrader Trendbox aus dem Monat August, denn die erste ist leider auf dem Transport verbummelt worden. Ja, und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Wir haben in der Trendrader Trendbox halt echt immer richtig coole, nachhaltige, trendige Produkte drin enthalten aus den Bereichen Wellness, Food, Lifestyle und ja, es ist immer ein recht nicer Warenwert von, ich glaube, 70 Euro. Wir zahlen nicht wenig monatlich, es sind ungefähr 29,95. Ihr könnt mit meinem Code Claudi15 natürlich ein bisschen was sparen auf die erste Box, wenn ihr möchtet und ich bekomme sie in Kooperation zugeschickt und ich wurde schon sehr, sehr häufig einfach auf sehr interessante Wege mit dieser Box geführt. Sei es, weil nachhaltige Produkte enthalten sind oder weil ein Kilo Mehl drin ist. Das ist manchmal einfach abgefahren, was hier drin ist und ja, ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick hinein. Ich bin echt gespannt, was wir hier im August erwarten dürfen und hier sehe ich auch schon das ein oder andere Aufliegen. Oh mein Gott, also es ist hier auch schon so ein bisschen was passiert. Normalerweise ist es ja alles immer schön versteckt. Endless Summer habe ich hier auf jeden Fall als Motto. Also der endlose Sommer lässt grüßen sehr gerne. Also ich mag den Sommer, es ist für mich persönlich einfach der schönste Monat, weil ich, ja ihr hört es, das Fenster ist offen, ne? Weil ich einfach das genießen kann. Ich tanke Vitamin D, so viel es geht. Ich genieße es draußen sein zu können. Und ja, irgendwie fühlt man sich im Sommer freier, finde ich. Im Winter oder im Herbst, wenn draußen Skitwetter ist, dann fühlt man sich so eingeengt manchmal im Haus oder in der Wohnung, ne? Das ist eine sehr, 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 sehr volle Box auch dieses Mal wieder. Ich packe die beiden, die drei Produkte, die hier neben lagen, jetzt mal oben auch direkt mit drauf. Ich habe hier die Box gepackt bekommen von der lieben Lena, also Lene, ne? Und man sammelt diese Kärtchen von 1 bis 10 und kann dann, ja, eine Box, eine Special Box bekommen. Welche ist das? Die Nummer 4? Ich glaube, die habe ich noch gar nicht. Und hier haben wir einmal eine wunderschöne, sehr natürliche Frau vorne drauf, die uns so das Motto nahe bringt. Also die guckt auch wirklich, als würde die es hart genießen. Deine Endless Summer Box, stelle dir vor, du bist draußen in der Natur, die Sonne versinkt langsam am Horizont und taucht den Himmel in ein leuchtendes Farbenmeer. Eine sanfte, nee, die sanfte Brise, angenehme Wärme und das Gefühl von Freiheit umhüllen dich. Lass dich von diesen Eindrücken mitreißen und genieße die Ruhe und zeitlose Schönheit der Abenddämmerung. Deine Endless Summer Trend Box im August fängt die letzten Lichtstrahlen ein und verwöhnt dich mit erfrischenden Getränken, leckeren Snacks und pflegenden Wellnessprodukten. Ich persönlich begrüße es ja, wenn wir halt hier keine Foodbox haben, sondern vor allem eine Lifestyle Box und wir schauen einfach mal, was sich hier drin befindet. Ich lege mir das Heftchen auch so neben mich, dass ich da so ein bisschen auch dann durch die Produkte mit euch durchgehen kann, gegebenenfalls Alternativen oder so sagen kann. Denn man bekommt auch, wenn man ein 12-Monats-Abo abschließt, immer ein Produkt extra. Also das ist dann nicht nur, dass man halt viel, viel weniger bezahlt, sondern dass man halt auch ein Produkt extra bekommt. Das ist dann das Trend-Goodie nennt sich das. Dann haben wir hier auch noch Ideen zum Weiterverwenden der Box und auch eine Rezept-Idee und den Spoiler für September. Mit dem Übergang zum Herbst gibt es viele Veränderungen, die dir die Chance geben, Körper und Geist in Einklang zu bringen. Wir wollen dir dabei helfen, deinen hektischen Alltag mit harmonischen Momenten zu füllen und deine Balance zu finden. Breathe and Reset mit deiner Trendbox im September. Es erwarten dich Soul Food, entspannende Pflege- und Lifestyle-Produkte, die dich innere Ruhe und Erholung finden lassen. Ab dem 1.9. kann man die entsprechend abonnieren, aber wenn ihr jetzt halt die Box noch abonniert, dann bekommt ihr natürlich noch die August-Variante. September ist für mich, also September, Oktober, November sind so für mich die heißesten Monate überhaupt. Da geht am meisten ab, weil ich lade, ja, habt ihr ja wahrscheinlich auch schon gemerkt, jeden Tag mindestens ein Video hoch. Das sowieso schon seit Jahren und jetzt halt gerade die ganzen Adventskalender, das sind dann zwei Videos pro Tag, wenn nicht sogar teilweise drei Videos, wie es halt so kommt. Und da geht die Party ab. Also mich da irgendwie mit Entspannung zu befassen, das kriege ich nicht hin. Das mache ich eher so Anfang des Jahres. Okay, also, jetzt gehe ich hier mal durch und hangele mich auch so ein bisschen am Heftchen entlang, dass ich dann auch die Produkte rausnehme, wie sie im Heftchen stehen. Ah, da habe ich, huch, das erste Produkt und zwar von I Want You Naked, das Body Oil Golden Glow. Ja, das ist eine Marke, die ich auch schon mal kennengelernt habe. Ich glaube, 50ml sind hier drin, das steht hier jetzt nur in Unzen gerade drauf. Ähm, huch, draußen, äh, unten ist eine Tür zugeknallt. So ein Öl kann man sich jetzt super schön als, ich sag mal, Strumpfhosen-Esserns auf die Beine geben, auf die, ne, Unterschenkel zum Beispiel. Oder hier im Dekolleté sieht das richtig schön aus. Oder auf den Schultern. Bisschen aufpassen hier oben, wenn du es da aufträgst, ne, wenn du lange Haare hast und die Haare draufkommen, könnte es auch gleichzeitig ein Haaröl werden. Aber, ähm, man sieht hier auch, ich schüttel es nochmal, es ist halt richtig ein Öl, 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 ne, und du siehst richtig doll diesen Schimmer. Das sieht natürlich wunderschön aus und ist natürlich volle Elle, dieses Abenddämmerungsfeeling, was die jetzt auch in dem Intro da geschrieben haben. Das passt echt gut. Ähm, schön. Sehr, sehr hochpreisiges Produkt, ne, habt ihr schon gesehen. Und dann mache ich jetzt auch mal mit einem weiteren Beauty-Produkt hier weiter. Und zwar ist das New Key, die haben, die Marke haben wir hier öfters mal mit drin. Das ist, äh, ein Gesichtsserum, Pure, Pure Revitalizer mit Niacinamid und Hyaluron, Antifalten-Effekt und Zellen-Energetisierend. Ähm, da haben wir 20ml drin. Ja, also es ist wirklich, äh, eine sehr, sehr gute Zeit, jetzt auch Niacinamide anzuwenden. Verwende ich, äh, abends aktuell auch, weil das das Hautbild auch ein bisschen verfeinert, ne. Also dadurch werden so die Pigment-Flecken ein bisschen aufgehellt, Pickelmale werden aufgehellt. Und ich mag es sehr gerne, meine Haut mag es auch sehr, sehr gerne. Da, äh, kann ich euch auch wirklich das empfehlen, ähm, vor allem abends zu verwenden. Und dann kann die Haut über Nacht schön werden. Das ist eine richtig tolle Verpackung. Das ist so Glas und dann halt so sandstrahlmäßig, ne. Das, ähm, fühlt sich auch sehr, sehr gut an. In so einer Pipettenflasche. Ich glaube auch, dass viele das Produkt verwenden können, ne. Also egal, ob du jetzt Mann oder Frau bist, das Produkt, äh, macht auf jeden Fall Sinn. Und diese Box ist sowieso meiner Meinung nach echt gut für Familien geeignet, ne. Weil jeder findet da so sein Produkt, glaube ich, drin. Ähm, dann steht hier jetzt, dass wir hier irgendwie ein Nagellack drin haben. Den muss ich erstmal finden, doch. Warte, hast du das? Ja, ähm, Trendrader Edition. Bio-Nagellack Endless Summer von Birken Spanner. Sagt mir gar nichts die Marke. Ich weiß nicht, welche Farbe das ist. Ist das so ein, so ein rosa, so ein pink vielleicht? Das würde ich ja auch ganz schön finden, ne. Ähm, ja, siebeneinhalb Milliliter. Das ist auch eine große Größe für einen Nagellack. Für 16,50 Euro musst du ja aber auch richtig was drauf haben, ne. Wow, jau, das ist eine Sommerfarbe, Leute. Holla die Waffee. Richtig geil. Ich finde es, ich feiere das, ne. Also ihr seht es ja auch. Ich bin gerne bunt unterwegs, was meine Nägel angeht. Den werde ich ausprobieren. Dann lassen wir mal den Sommer endlos werden. Das, das macht mich happy. Wenn wir halt so natürliche Lacke drin haben, denke ich mir immer, ja, ist schön. Also halt Naturfarben, ähm, werden viele verwenden wollen. Aber das hier ist für mich halt so richtig, bäh, feiere ich mich richtig geil. Okay, ähm, dann habe ich hier was drin von der Marke See Me Make a Difference. Ein Handdesinfektionsgel. Oha, ähm, ja, mit Citrusduft. Eine Mehrwegpfandflasche finde ich auch interessant. Da sind 250 Milliliter drin. Das sollte man jetzt auch recht bald aufbrauchen, weil das, äh, nur noch bis, äh, Dezember diesen Jahres haltbar ist, ne. Das ist super schwer, das Ding. Oh mein Gott. Ja, und sowas stellt man sich dann einfach irgendwo an Eingang, an Ausgang, ne, bei sich halt so, an eine Haustür. Und immer, wenn man kommt oder geht, kann man ja eben Hände desinfizieren. Ist ja auch gar nicht so verkehrt. Oder, ja, ins Auto, dafür ist es ein bisschen groß. Aber, ja, ähm, ja, entfernt 99,9 der Bakterien, Pilze und Viren, gegen behüllte Viren, inklusive Corona steht hier hinten drauf, und so weiter und so fort. Bin ich gespannt. Ja, möchte ich sowas in Boxen haben? Eigentlich nicht. Bin ich ehrlich, weil ich möchte jetzt eigentlich nicht unbedingt so, ich meine, ja, eine Seife haben wir ja auch manchmal drin und ich finde es okay, aber, ne, eigentlich möchte ich sowas nicht gerne in Boxen drin haben. Da bin ich vollkommen ehrlich. Aber das ist halt einfach eine Präferenzgeschichte. So, Chips. Chips haben wir hier auch immer mal wieder drin. Das finde ich toll. Von El Origendi Organic Manio Chips. Und, ähm, solche hatte ich auch schon mal. Die mag ich gerne. Die kleben manchmal so ein bisschen zwischen den Zähnen und so, ne, weil die halt ein bisschen, denn die sind halt anders. Das ist halt kein, äh, das sind keine klassischen Kartoffelchips, ne, sondern das sind halt, das ist halt von dieser Maniokfrucht, aber ich mag es sehr gerne. Also, einfach mal auch so eine, so eine Abfechslung, einfach mal ein bisschen was anderes feiere ich persönlich schon. So, ja, und sowas erwarte ich hier auch so ein bisschen in der Box mit drin zu haben. Genauso wie solche Bananenchips. Auch von El Origendi Organic Plantain Chips. Und da haben wir die Kochbanane als Chip drin. Finde ich großartig. Werde ich auf jeden Fall abends mir mal genehmigen. Werde ich mir naschen. Und ich werde mich drüber freuen, denke ich mal. Ich mag sowas. Dann haben wir hier, ähm, eine von fünf verschiedenen Bio-Limo-Sorten. Ich habe die Guava. Oh, Guava Saffron. Ist Saffron nicht sogar Saffran? Super edel. Das ist ja richtig geil. Organic und vegan. Ähm, ja. Werde ich mir mal dann hier demnächst hinstellen und trinken. Das kommt aber erst mal schön in den Kühlschrank, ne. Finde ich interessant. Und da auch einfach mal auf andere Wege geführt zu werden, was Geschmäcker angeht. Finde ich vollkommen cool. Ich habe sonst immer irgendwie ein Wasser oder sowas, was ich trinke. Ähm, und eigentlich nur, wenn ich in Boxen sowas drin habe, trinke ich sowas. Oder wenn von irgendwelchen Besuchsgeschichten irgendwas übergeblieben ist. Ansonsten trinke ich halt immer alles ohne Geschmack oder halt Kaffee, ne. Genau. Dann haben wir hier auch noch eine Kokosmilch drin. Ähm, beziehungsweise eine Kos... Äh, Koko... Koko-Kochmilch. So. Coconut Milk for Cooking. Und, ähm, da ist 9% Fett nur drin. Nur ist gut. Wobei, für eine... Ja, fürs Kochen. Vielleicht so als Kochsahne. Ich weiß nicht, 200 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Ähm, wird immer mehr, ne. Finde ich persönlich aber auch schön, dass man sowas generell immer mehr sieht. Finde ich auch spannend. Und, ähm, ja, ab und an haben wir das auch schon mal so verwendet. Aber, na, tatsächlich greifen wir immer wieder eher so zu den, ja, Basic-Geschichten zurück. Zu den Bekannten, muss man so zu sagen. Weil wir ernähren uns jetzt auch nicht irgendwie vegan oder so. So, dass man da halt irgendwie so generell drauf achten würde. Und, ähm, mein Freund mag auch nicht so gerne Kokos. Da bin ich halt eher für zu haben, ne. Genau. Dann habe ich hier auch noch ein Reinigungsprodukt mit dabei, was ich immer sehr schön finde. Clean Gang. Mit denen hätte ich fast zusammengearbeitet. Irgendwie sind wir nicht zusammengekommen. Kitchen Key. Ein Küchenreiniger universal mit Orange und Ingwer. So kann ich auf jeden Fall schon mal die Produkte für mich persönlich einfach mal ausprobieren. 500 Milliliter sind hier drin. Und wir haben hier auch noch diesen Sprüher mit am Start. Und witzigerweise brauche ich auch gerade einen Küchenreiniger. Das kommt ja wie gerufen. Finde ich klasse. Und ja, das kostet 3,59 Euro. Also du hast immer bei Clean Gang auch wirklich so vertretbare Preise. Das geht halt wirklich vollkommen klar. Und, ähm, ja, finde ich spannend. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Und vielleicht dann auch mal ins Aufgebrauchte-Video mit reinnehmen, wenn ich dann das Ding zu fassen kriege und ich diejenige bin, die das leer macht. Wenn mein Freund das leer macht, landet es nämlich meistens einfach direkt im Müll. Ähm, dann haben wir auch noch eine von vier Sorten von, ähm, äh, Lia Wins. Vitamin C, Orangengeschmack, Click for Care. Achso, 20, ähm, Brausetabletten sind hier drin. Ja, das sind halt solche Vitamintabletten. Und jetzt gerade verwende ich sowas eher weniger. Ich greife zu sowas halt eher so im Winter, aber da würde ich halt immer im Vorfeld so ein bisschen abchecken lassen vom Arzt. Was braucht man eigentlich? Weil das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, steht hier auch drauf. Und, ähm, wenn du zu viel Vitamin C zu dir nimmst, dann kriegst du halt einen Flotten-Otto. Das mag man dann ja auch nicht so gerne für sich haben, ne? Also einfach immer so ein bisschen abchecken lassen. Und, ähm, dann kann man halt gucken, ob man sowas in seine ganze Routine so integriert haben möchte. Ähm, ja, so. Und dann habe ich hier das Trend-Goodie. Und zwar ist das dieses Mal nicht irgendwie ein Beauty-Produkt. oder ein Lifestyle-Produkt, sondern es ist ein Gewürz. Ähm, von Amodeo ist das ein L'Origano Montano. Bergo-Regano. Ber-Berg-Origano. Ja, so kann man es besser aussprechen, ne? 18 Gramm sind hier drin. Ja, sowas einfach schön über eine Pizza oder wo auch immer man das so drauf haben möchte. Bei uns geht sowas immer ganz gut weg, weil meistens, wenn man halt Pizza bestellt, hast du halt nicht wirklich Oregano drauf. Ich weiß nicht warum. Unsere Pizzalieferdienste machen das nicht. Du kannst es dann nochmal explizit dazu schreiben oder sagen, dass du es halt haben möchtest. Meistens vergisst man das aber. Und so hat man es da. Ja, ist doch eine ganz gute Sache und damit kann man halt verschiedene Sachen auch entsprechend verfeinern. So nämlich. Ja, und das wären jetzt die Produkte hier drin gewesen. Jedenfalls laut dem, was hier so ist. Wie kommt die Glasflasche auch? Achso, das ist nochmal hier zu dem Simi. Dann haben wir auch noch ein bisschen Werbung drin. HelloFresh haben wir. New Key, ein bisschen Information. Und Black, da haben wir nichts von drin gehabt. Aber trotzdem eine kleine Werbung. Okay, ja, das war die Box, oder? Ja. Ihr Lieben, ich persönlich fand sie schön. Wir haben tolle Beauty-Produkte drin. Ich persönlich hätte lieber einfach ein paar mehr Lifestyle-Produkte hier drin gehabt. Vielleicht anstelle von der Kokosmilch und von dem Handdesinfektionsgel und von dem Vitamin C. Aber das ist, wie gesagt, eine absolut persönliche Präferenz. Dafür dann eher so irgendein Lifestyle-Produkt, ein Fächer oder irgendwas Sommerbezogenes. Das hätte ich persönlich ein bisschen mehr gefeiert. Aber das ist halt einfach nur mein Empfinden. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Da kann man sich auf jeden Fall dann auch ganz gut austauschen. Und wie gesagt, wenn ihr Bock auf die Box habt, könnt ihr aktuell mit Claudie15 da 15% auf die erste Box sparen. Und ja, genau. Es gibt auch den Trendrader-Adventskalender. Den kann man schon kaufen. Ist auch in der Infobox verlinkt. Werde ich euch selbstverständlich auch vorstellen, sobald er hier ist, ne? Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. 書ωςpDIO. Och jetzt 1-2.